Der Impfsetzer macht ein Foto. Sag mal was Blödes, dann zeig ich's dir. Ich hält nichts ein. Warum schau ich das? Wie war das mit der Uschi vorher? Und den Ösen? Die Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus einer selbsterschuldeten Unmenschheit. So einen Scheiß kannst du da wo einmargerieren. Wenn du das nicht einmargerieren kannst, hat mir ein bisschen Respekt. E ist ein C-Quadrat. E ist gleich ein Muschi-Quadrat. Hallo Nani. Das ist der Ruhn. Der Rieger, der Rieger, der Rieger, der Rieger, der Rieger.